Sex-Offensive bei Laura Müller, 21, und Michael Wendler, 49 Seitdem der Schlagerstar im vergangenen Jahr mit sehr umstrittenen Aussagen für Aufmerksamkeit sorgte und kurz darauf aus dem deutschen TV verschwand, bekommen Fans nur noch durch den Social-Media-Account der Lebsdance-Beauty Einblicke in das Privatleben der zwei. Nun wollen sie offenbar einen neuen gemeinsamen Karriereweg einschlagen. Laura und der Wendler wollen sich gegen Geld freizügig im Netz präsentieren. Richtig gehört! Laura und der Wendler zeigen sich zukünftig auf ihrem gemeinsamen OnlyFans-Account. Die Bezahl-Website hat in der Vergangenheit einen Ruf für ziemlich bekannten Content bekommen. Mit Nacktbildern und Kurzvideos können sich Promis und Normalos auf der Plattform ein hübsches Hümmchen dazu verdienen. Laura verriet die pikante Enthüllung auf ihrem Instagram-Kanal. Erwartet private und intime Momente, die wir mit euch teilen möchten, warb die Brünette für den Account. Ab dem 1. Dezember soll man das Paar auf der Plattform regelmäßig zu sehen bekommen. Erlebe uns ganz privat und hautnah. Schrieb Laura vor wenigen Stunden auf Social Media. Der Ankündigung der Wendlers nach zu urteilen, wird es einige heiße Aussichten geben. Bereits das Titelbild zeigt den nur spärlich bedeckten Po der 21-Jährigen. Um den Fans einzuheizen, wurde auch nochmal auf Lauras heißes Playboy-Shooting verwiesen. Der Ankündigung der Wendlers nach und Sorgen biri ist eine Freundschaft mit dem knowen Genre. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020